Ich habe das Zeichen gegeben, dass bei mir alles klar ist, alles safe. Ja, jetzt kann es knallen. Sprengung. Alter Scheiße. Alter. Scheiße, Alter. Alex, Alex, auf der Hohen. Alex. Alter. Alter. Alter, kein Foto. Weg, weg. Weg, weg. so jetzt gehen wir in deckung oh scheiße war das ein rums alter vater der klubbeck muss jetzt langsam die kopf entziehen weil hier so scheiße runter kommt falls man es hört ach du scheiße so wie man sieht ist die scheiße bis irgendwo hin geflogen und ich glaube das war so nicht gewollt also selbst bei mir hier vorne ist überall angekommen ach du scheiße hat das hier rums so schnell nisten sich da keine kröten mehr hin oder so alte jaure jetzt kriegt natürlich die ganze scheiße ich auch noch ab ich hoffe dass da kein kampfmittel dabei war das habe ich hier echt ein problem weil meine abc maske habe ich nicht dabei jetzt kommt erst der sand runter und man schmeckt jetzt den leicht verbrannten geruch ekelhaft gut ich melde mich nachher nochmal so das ist jetzt übrig war nicht schlecht noch einen splitter war wenn man für die inneren splitter waren schön vorsi mit den splitter haben ich habe mich mal mit Untertitelung des ZDF, 2020